Wir stehen drauf, gehen drauf, sehen drauf. Und sie ist hart. Unser Umfeld ist hart. Wir haben es so gewollt und wir haben es gemischt getan seit 2000 Jahren. So ein Stand, das heute noch besteht und so gibt und halt gibt. Ein Material, das Urinark aus Sand und Bier...